Hallo, mein Name ist Sebastian Prus. Ich bin im globalen Industrie-Team für Gebäudetechnik für den Bereich Schulung zuständig. Ja, hallo, mein Name ist Sebastian Terwonne. Ich bin auch im globalen Industriemanagement der Gebäudetechnik tätig und dort hauptverantwortlich für den Bereich der Visualisierung. EMAlytics ist unser System oder unsere Lösung, mit der wir für das Gebäude die ganze Automatisierung machen. Wirklich von unten, von der Steuerung, wir binden Datenpunkte ein. Egal über welche Treiber die reinkommen, binden die ein und anschließend bringen wir die hoch in die Leitwarte. Und in der Leitwarte haben wir dann die Visualisierung, die dann zentral abläuft und die man dann von allen Punkten an sich anschauen kann, über die man das Gebäude steuern kann und so weiter. Vielleicht kennen Sie auch das Problem. Sie wollen gleichzeitig ein Gebäude ingenieren, haben mehrere Kollegen und jeder Kollege arbeitet in seinem Gewerk. Und genau dafür hat man die Herausforderung, auf derselben Steuerung unterschiedliche Gewerke und Funktionalitäten umzusetzen. Und dass man sich dort nicht in die Quere kommt, gibt es im EMAlytics die Funktion des Live-Engineering. Und dafür haben wir jetzt mal hier ein Wire-Sheet geöffnet. Und in diesem Wire-Sheet würden wir jetzt mal eine Durchschnittstemperatur erstellen. Und dafür würde jetzt Sebastian, würde ich dich mal darum bitten. Ja, ich schaue jetzt auf dasselbe Wire-Sheet wie mein Kollege Sebastian Prus und ich nehme jetzt einfach mal einen mathematischen Baustein zur Ermittlung eines Durchschnittswertes und ziehe den hier auf das Wire-Sheet. Gebe den mal den Namen Durchschnittstemperatur. So, füge den hier ein. Das sollte mein Kollege jetzt eigentlich schon sehen. Siehst du was? Perfekt. Jetzt verbinde ich einmal die beiden Eingänge und wäre an dieser Stelle fertig. Was kannst du jetzt erkennen? Erstmal habe ich direkt gesehen, was du gemacht hast. Ich habe direkt gesehen, wo du die Verbindung gezogen hast. Und was man da jetzt ganz schön gesehen hat, ist, sagen wir mal Sebastian, also mein Kollege würde jetzt in einem großen Gebäude das Gewerk Beleuchtung machen und ich würde das Gewerk Verschattung machen. Dann hätten wir nicht das Problem, dass wir uns in die Quere kommen würden. Das wäre der erste große Vorteil. Der zweite große Vorteil ist, wir haben kein Kompilieren. Das heißt, wenn wir Änderungen durchführen, sehen wir die direkt. Und wir können so viel schneller und effizienter arbeiten. Jetzt haben wir hier die Vorteile von dem Live-Engineering gesehen. Für weitere Informationen können Sie sich noch die weiteren YouTube-Videos angucken auf unserem Channel. Und zusätzlich dazu gibt es noch Informationen auf der Phoenix-Kontakt-Seite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.